Ollol, das qualm ich aber. Ja, nur vom Feinsten her. Oh, sieht doch gut aus. Kaum häng ich einen Kamin an und dann kommt ein Zombie mit einem Weihnachtskostüm. Und der Klaus gefressen. Oh, sieht doch gut aus, das kleine Häuschen. Jetzt fehlen bloß noch die NPCs. Ich würde aber erstmal im großen Haus weitermachen. Aber das kann ja erstmal so bleiben. Und die Plattform ist gut. Auslechten. Ich hab keine Fackeln können. Mach ich gerade. Echt? Kamera-Modus ist eine ganz geschissen Idee. Kamera-Modus, da habe ich mich auch noch nicht reingesehen. Müssten wir aber das hier noch weg machen. Ist gestoppt. Da kommen schon wieder Zombies, ey. Hauptsache der Innenzombie fällt erstmal komplett runter. Der auch. Der auch. Ich hab da auch ein Wurzel. Man sieht nicht, dass es mein Geweih ist. Oh, nice. Da, da, da. Autsch. 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 Ich komm mir nicht zum Zuge hier. ich glaube wir nehmen schon fast annehmen fast anderthalb stunde auf denke ich mal jetzt dass ich echt was futter das kann ja nun spaß werden die nächsten aufnahmen wir haben zombie banner sehr gut das leckt die heizung kann auch lecken ok legt aber nicht an mir das liegt am zauber jetzt würde ich mir schnell mein geld zurück ja also immer am besten zählen hier bis zum dreck ist so hier hatten wir angefangen ach die schaden ein hit und alles ist weg guck mal der geld wird versuchen er spricht versuch versuchst du mit leon zu sprechen die bürgenden sieht ein wenig erstmal das auch sage ich mal ich gehe mal ein bisschen die grabsteine entfernen sind ganz schön viele geworden das wird tag sehr gut so haben wir noch irgendwo grabsteine da oben in drei im haus auch noch einen hier unten werden wahrscheinlich ne hier unten so ein wunder doch er kann aber der grabstein kann aber da rein fliegen zum beispiel so sollte erst mal gewesen sein mit den grabsteinen ich habe vier neun zehn elf grabsteine im inventar das ist doch eine super ausbeute ach das ist von leeren ich werde mich mal auch ein bisschen ans craften der tränke machen dass wir dann ich sag mal in der nächsten aufnahme dann die das ei auf kohle besiegen können die sind wichtig enthüllenforschungsrank bei einem geschlecht halt ja mining trank meinster deutsch heißt er halt fühlenforschungsrank klar also einen haben wir hier rum zu liegen ach so spielunkatrank ja der geht auch schnell zu machen ich würde mich erstmal auf den ersten boss konzentrieren dass wir halt schon ein bisschen hoch equippen sollen wir dann erstmal noch den slime boss wirklich versuchen zu können ja da müssen wir jetzt aber entweder also entweder bräuchten wir außerhalb so ein forest biome das heißt nicht das was wir jetzt hier haben sondern wir brauchen jetzt halt ein bisschen weiter dazwischen muss halt eben biome liegen das ist äh und dann brauchen wir halt eine water kinder damit schneller geht die kriegen wir aber erst wenn wir den skelett boss gekillt haben also skelett dran also skeletten keine ahnung wie der jetzt gerade ist ich hab schon lange nicht mehr gespielt ach der leon ist wieder da das ist ne lüge nein er bewegt sich nur leon ich hab gehört du wirst elf mal gestorben nein nein bin ich elf mal gestorben wer willst das wissen weil ich elf grabsteine von dir hab das ist ja jetzt ne totale lüge also was hab ich ja jetzt bei ausgedacht ich bin nicht elf mal gestorben ihr habt überall bei allen nur meinen Namen geändert also für tim mhm tim ist die ganze Zeit doch gestorben richtig außer dem richtig äh was wollte ich denn jetzt ach so tränke machen wo haben wir denn hier wasser wasser nach da unten ne drüben und ich lauf und ich lauf und ich lauf und ich lauf das dem hast du ja grad hat mich grad ein weißei genannt was meine ich wenn ich das mein planet von fliegenden fisch übernommen wird Oh, hab ich ihn jetzt gemacht. Hör mal auf, sonst ist es nur schön verschädigt. Spricht klar und deutlich in ein Mikrofon rein. Du wirst nämlich präzise postulieren können. Da sind die. Dann brauche ich noch Eisen. Ah, da haben wir noch gedüngt. Hartform ist aber schon ein bisschen klein, ne? Für den ersten Boss reicht's. So. So. Haben wir noch irgendwo ne Sonnenblume hier? Ah, nein. So ne kleine Dayblume. Ah, hab ich schon ein Getränk. Ja, ich hab's schon gefunden. Was wollt ihr denn jetzt machen? Ich mach jetzt gerade noch die Tränke fertig. So. Das war's auch schon, Betränken. Sollen wir mal das I of Cthulhu machen? Dann müssen wir's Nacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den knacken, aber du könnt's versuchen, ja. Ich glaub nicht. Ich hab gar nicht. Lass mir ein paar Granaten. Ich hab ein Eisenschlatter in der Holzrüstung. Malte doch ne Koppa. Ich geb mal... könnten... Verkaufst du gerade? Schuriken. Ich könnte Schuriken holen für uns alle. Schuriken haben wir auch noch in den Kisten. Ja. Ich guck mal, wieviel wir insgesamt in Reihe rauskriegen. Das können wir nutzen. Das. Und das. Also ich hab im Falle... Ich hab noch ein Boomerang. Ich brauchte eigentlich erstmal kein, äh... Kein, äh... Schurikens- oder Wurfmesser. Ich hab'n Bogen. Ja, das ist sowieso gut. Wie, wie, wieviel Schaden machen denn die Schurikens? Einer macht Zähne. Okay. Naja, bleib du bei Bogen. Du bleibst du der Bogenschätzer. Ab sofort. Ich bin aber eigentlich lieber, äh... Fahrkämpfer. Dann gib mir den Bogen. Heiß ich, dass ich keine, äh... Verkraftwerfe haben will? Kann sich nicht entscheiden, der Junge. Nein. Ist immer gut. Auch als... Auch als... Äh... Nahkämpfer ne Fernkampfwaffe dabei zu haben. Oh. Wo ist er da? Hauptsache der reisende Händler kommt. Wo ist der? Ammo-Box. Ammo-Box. Die brauchen wir nur, wenn wir... Pistolen haben. Oh. Ich will diese Red Cap. Äh... Ich brauch mal ne Wand. Ich will die Rüstung fallen. Lass mal. Und ich will die Kuppe Rüstung machen. So. Na, das passt doch zu wehner. Ultra Bright Torch. Was halt... Was ist das? Ultra Bright Torch. Das sind die hier. Die leuchten heller. Brauchst du aber nicht. Ja, da ist der nächste. Der Dimmel ist. Geil, wo ist der? Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Shop. Jawoll, der hat Dynamit. Warte, konnte man nicht mit, äh... Dynamit... Demoliten... Erd... Demoliterz abbauen. Leider nicht in die... Mikrofon schmeißen. Ich hatte gerade was getrunken. Liegt nicht so. Lüge gar nicht. Ach, Leon. Ich hab noch was für dich. So. Mal sehen, ob ich das gerecht aufteilen kann. Nur Eier auf Kotteluhu machen. So, wenn ich nach Boden müsse. Sieht aus wie ein Rentier. Ich bin da reingegangen. Mit der... mit der Holzrüstung, ey. Wie ist... Wer gedreht hier? Ne, warum ist das? Was ist das? Hab 1000. 939. So, warte mal. Kriegt hier dann noch einen Trank? Ich hab vier Tränke, äh... Äh, vierzehn Tränke. Ne, äh, geht ja um andere Tränke. Aber trotzdem. Ich hoffe, für Einer wird nicht reichen. Ja, mach mal so. Ist aber ein bisschen scheiße, dass jetzt hier der Demolition und... der reisende Händler... ist. Wieso? Obwohl, greif ich nicht mit das Ei auf Kotteluhu hat. Äh, der reisende Händler kommt. Der geht sowieso weg. Ähm... Ich hab jetzt erstmal für jeden... Paar Schuriken... Ich hab nochmal für... ...den, der Bogen hat, Pfeile. Ich... Ich hab 1000 Pfeile. Ich hab eigentlich 2000 Pfeile. Ich hab mir jetzt noch eine richtige Kurve gehabt. Also ich hab mir jetzt meine ganze Kohle ausgegeben. Insgesamt. Aber, was ich gerade sehe... Warte, warte. Drei davon. Kann jemand noch ein Campfeier bauen? Ich hab keine Fackeln mehr. Okay, genau. Ja, ich brauch nur... Holz. Aber, die große Entfernung reicht 100 pro. Glaub ich. Ey, du Faggot! Wir bräuchten... ...einen. Ungefähr hier bräuchten wir dann halt nochmal so'n... Ich weiß nicht, ob wir noch mal eins schonmal ins Crimson King wollen. Ich kann sogar noch zwei bauen. Ne, mach nur einen. Setz den, setz den gleich hier hin. Wo? Hier, wo ich gerade bin. Ist gerade an mir vorbei. Komm zurück! Ja, setz den einfach hier unten hin. Müsste ja... Sind wir eigentlich gut ausgefüllt erstmal mit denen. So...